Also ich finde das coolste an meinem Job ist, dass meine Klienten und Klientinnen einfach viel zurückgeben, sobald man ihnen auch viel Positives gibt. Man kriegt eine gute Rückmeldung eigentlich immer und die sind immer mit Herzen dabei und ich finde das ist das Beste in meinem Job. Also ich finde Herausforderungen gibt es nicht wirklich in meinem Job, was halt eine Sache ist, wenn zum Beispiel jetzt eine Diskussion auftritt, dass man halt ruhig bleibt in dieser Situation und dass man einfach unbrudäisch bleibt und schaut, dass man beide Personen gleich helfen kann. Ich bin im Diagoniewerk, das ist ein Unternehmen im Sozial- und Gesundheitsbereich. Ich bin in der Werkstätte Linzerberg als Zivildiener. Also ich komme in der Früh normal in die Arbeit, dann wird einmal auf die ganzen Klienten und Klientinnen zusammengearbeitet, dann unterstütze ich meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beim Begleiten von den Klienten und von den Klientinnen. Es werden auch selbstständige Arbeiten von mir übernommen, dass man einfach schaut, dass man die Klienten und Klientinnen unter dem Tag einfach unterstützt, dass mir einer hilft und dass man sonst neue Arbeiten herrichtet, falls eine Arbeit fertig wird. Dass man dann auch am Nachmittag schaut, dass man für den nächsten, für den Folgetag schon vorbereiten kann und am Nachmittag werden dann die Klienten und Klientinnen noch zum Bus gebracht, die werden dann noch verabschiedet und das war es dann eigentlich schon wieder. Als Zivildiener zum Diagoniewerk kommt man einfach online, man kann sich online alles ausschauen und bewerben und man kann sich dann einfach einen Schnuppertermin ausmachen und dann sieht man, wo man ein bisschen hinpasst. Es werden auch Soft Skills gebraucht, man muss auch gut mit Menschen umgehen können, in die Menschen hineinversetzen, man muss aber auch die Menschen verstehen. Es ist auch wichtig, dass man geduldig ist mit den Menschen, dass man viel Empathie zeigt und Zuneigung zeigen kann, und dass man auch mit Respekt auf die Menschen zugeht. Das finde ich ganz wichtig.